Mich regt takt auf So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K16 Showcase Hall of Fame Edition DLC Es heißt Ricky Steamboat und das ist nur noch zusammen gegen The Enforcers bei Clash of the Champions 17 WCW Und es geht um die WCW Tag Team Championship Wie das Ganze zustande gekommen ist, erfahrt ihr im folgenden Videopaket, viel Spaß Larry Zabisco, the steel man from the steel city Another 2015 WWE Hall of Fame inductee Larry Zabisco began his career in the early 1970s Under the tutelage of his famous mentor, Bruno Sammartino Perhaps the closest friend you have in professional wrestling will make reference to Larry Zabisco Just a phenomenal, phenomenal athlete and I'm very proud of him With a natural ability in the ring, the living legend reached new heights in the world of sports entertainment Becoming a two-time AWA heavyweight champion The new heavyweight champion of the world, Larry Zabisco A decorated singles champion, Zabisco set his sights on the WCW Tag Team Division Teaming up with Arn Anderson to create the enforcers Willing to do whatever it takes, Anderson and Zabisco continued their ruthless ways Capturing the WCW Tag Team titles It don't matter how many muscles you have, it doesn't matter how many takedowns You learned at some jerkwater college, there's no more easy way you want these You have to go through the enforcers The newly formed tag team of Barry Windham and Dustin Rhodes Were next in line for a shot at taking down the vicious enforcers With the title shot looming, it was the enforcers who struck first Oh my gosh, Anderson and Zabisco had to be a premeditated attack The enforcers went into clash of the Champions 17 knowing they had the upper hand Yet in the midst of their corrupt confidence, it was a surprise announcement that would change everything And I want to introduce Dustin's tag team partner in this world tag team title match It's Ricky the Dragon Steamboat And Anderson and Zabisco are going crazy Will the enforcers retain their WCW Tag Team titles Or will the newly formed team of Rhodes and the Dragon emerge victorious And. So... ...die tiefsteiger encountered ...а- ... ... Und er hat die Best-Goe verwandeln gegen Riggis Demo. Oho, der Entrance ist was geht denn ab? Verflüge Andersen als Riggis Demo. Ach, wir spielen auch noch die Heels. Ich muss sagen, wa? Na ja. Gut, jetzt hab ich keinen Ton mehr. Ihr habt noch Ton. Immer wieder schön. Ach, Mann, ey. Na immer wenn die Videopakete kommen, dann kackt mein Stream und die Aufnahme irgendwie ab. Denn es gibt immer so kleine Slags und was nicht alles. Und dann dreig ich mich voll auf. Und ich weiß nicht wieso. Wie er zustande kommt. Warum das immer bei Videopaketen der Fall ist. Und was nicht alles. Und dann muss ich mal mit dem Stream kurz rein starten. Aber das will ich jetzt auch nicht. Genau. Das ist scheiße. Alles. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? Der Ton ist viel zu läuft. Ich geh jetzt erst gerade. So. Vielleicht dauert immer bloß eine Weile, um hier einzuplicken. Jetzt sind schon wieder Brain Drops. Gibt's gar nicht. Ich hab keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Ich stahl kurz ins Türen nochmal neu. Die Aufnahme läuft weiter. Okay. Okay. Bis gleich. So. Aufnahme stoppen. Wo bin ich? Moment. Ich kann nicht so viele gleichzeitig machen. Aufnahme stoppen. Warum macht der das nicht? Ich muss hier nebenbei auch noch spielen. Aber das ist nicht so einfach. Füge als, äh, äh, Füge, so wirst du also wirklich ziemlich mit Schaden zu. Wir haben halt gleich. Auf. Der stoppt meine Aufnahme nicht. Ne, krass aus. OBS, ne? Macht nur Probleme. Aufnahme. Aufnahme. Nummer zwei. Das muss ja jetzt irgendwann mal klappen. Das hab ich... Ich weiß nicht, was hier los ist, warum das laggt. Und ich hoffe, das ist jetzt okay wieder. Ich hab nix anders gemacht als sonst auch. Jetzt scheint wieder okay zu sein. Aber ich will nicht so sparen. Gut, die ganze Zeit auf meine Fraps. Äh, ich könnte schon auf meine Frame-Ans halten. Naja, für eure Füge ist dann eh egal. Für euch sollte ich so ne krasse Rolle spielen. Die sieht, glaub ich, ganz gut wieder aus. Ach, man, 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 man. So, ich muss erst mal, ich muss mir erst mal Schaden zufügen, ey. Gerade, ne? Im alten, der ist der beste Mann. Der könnte du. Der hat auch ne sehr schöne Rede gehalten. Hat er bei Hall of Family erzählt. Äh, pfff. War dafür, war dafür ein Relationship-Hallung mit, äh, dem alten Bruno Sammartino. Wer ihn im Prinzip gestalkt hat. Und so weiter und so fort. Äh, na ja. Hey, Franz, ich wollte gerade donaten, aber da kommt immer so ein Fehler und dann ein Time-Out. Siehste, da haben wir die Erklärung, warum meine Donations nicht ordentlich funktioniert haben. Und anscheinend sind die Server von meinem Donation. Haben wieder down. Von Tippie-Stream. Aber danke, kannst ja später machen, sag ich einfach nur. Kann ja dann beim nächsten Stream machen. So, ich bin total am Verlieren hier gerade. Und der verschwendet daran seinen unfairen Pin. Wie voll idiotenmäßig muss man dann drauf sein. So, jetzt muss ich erstmal Dustin Rhodes einwechseln. Dustin! Wo bist du da? Nirgendwo. Sehr schön. Okay. Pin. Guck mal, du kannst, können wir auch. Du kannst halt Pin. Sehr schön mal einlassen. Musst mal wieder zum Optiker, wa? Larry. Mutz. Das. Nee, Dustin. Die müssen wir einwechseln. Here we go. Here we go. Here we go. Danke. 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 Und rin mit dir dahin. Moment. Fühlt gut. Alter, nein. So, jetzt pass auf. Einmal kurz rappeln. Das denn. Bist am Start? Ja gut, ich guck das. Wie geil ist das denn nur das Schaden zu? Wie ist das Steuern mit unserer Kollegen? So. Hmm. 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 Er wird doch geconntet oder was? Er wird schon mehr geconntet. Er ist doch kacke. Nope. Das Stamina habe ich noch. Ist bisschen schwer zu spielen. Und nebenbei sie guckt ob das Streamflussig läuft. Aber hier haben wir keine Kerzen mit dem Schein oder was? Hab ich Karl Emerson gesagt? Ja, eigentlich glaube ich. Oder? Ja, komm. Auch mal schnell durcheinander mit dem ersten Namen. So. Hey. 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 This. High Cross. Ne. Das wollte er wohl nicht sein. Ne. Ne. Kollege. Das höre ich schon wieder Drops im Sound. Mich regt da drauf. Ich weiß nicht wo irgendwo man... Ach. Ich halte mir mal. Ich glaube die müssen es hacken. Weil mit Dustin Musik glaube ich noch. Ähm. An den Marysy Biscoe ein bisschen Schaden zu fügen. Irgendwie sowas. Ups. Naja. Früher als das denn ein Irish Whip gegen Arn Anderson im Ring aus. Gut. Dann machen wir das jetzt mal. Chủ nicht mehr. Scheiben. Wirklich. Alles klar. Fortschnehehehh. Fortschnehh. Okay. Jetzt lass mich mal. Aber ich kann zwischen dem Bringshof dazu nicht zu können oder nicht? Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Oder? Nein, kann ich nicht. Ich hab gar nicht gekonnt, aber ist mir egal! Es schmiert. So, jetzt! Danke! Einmal auf der Katze! Match vorbei oder was? Was ist denn mit dem Tod los? Ich weiß nicht, ich werde nur mit dem Tod los. Wow! Und ein Arm-Tag ist in Larry Zabisco. Oh, hi Larry! Oh, hi Larry! Ich war in Bruno in Chey Stadium in 83. Und jetzt Larry ist hier. Wow! Wow! Das war ja was so ein Tag! He makes the tag! He makes the tag! Okay, jetzt müssen wir nur gegen den. Das wird dauern! Das wird dauern! Das wird dauern! Oh, wieder ey! Es tut mir leid, Leute! Ich hab keine Ahnung, woran das liegt! Ich mach nichts anderes als sonst! Minimale Lacks! Ich kann nichts dafür! Okay! Oh! Das war ja einfach! Das war ja einfach! Das wird noch einfacher, Franz! Ich bin gespannt! Ich bin gespannt! Und schau an das! Kitzeln! Kille kille kille! Äh! Das geht schon irgendwie, ne? Hideo? Warte! Ja! Das ist ja nichts besonderes! Also! Das Match! Sehen wir dann morgen! Ich vergesse, dem Video einen Daumen hochzugeben! Abblock auszuschalten! Bis dahin! Euer Franz! Euer Franz Sorgt! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Und... Ciao!